genau Rager an einer Wand kann man sich auch holen was kostet hier eigentlich die Rager an einer Wand 10.000 10.000 ich geh mal ein Turm hoch und chill die MGs kann man benutzen kriegt man Punkte dafür kannst du ja automatisieren naja das weiß ich nicht bei dem hier kann man nicht hoch bei einem Turm kann man nicht hoch bei den anderen beiden schon das darf ich nicht treffen noch ein paar Punkte zum punchen ich hab gleich Endgame Punkte zusammen ja aber nicht sofort kaufen Digga ach hier kann man auch noch rein, hier war ich noch gar nicht Jungs hier ist noch im Haus ne? Ich glaub hier renne ich jetzt rein keine Muni mehr und mir fehlen Punkte yo zu mir, fern erstmal darüber geil jetzt krieg ich Punkte punchen komisch, sehr, sehr schlechte Idee warum, kommen die ja hoch? ja das schon, aber verbacken dann, wenn die oben sind, zu komisch kannst du die sich abschießen aber ich würde jetzt mal da oben in das Gebäude rennen, war ich nämlich noch gar nicht im Turm war ja auch noch nicht hey, ist das... äh krack, Munition Muni hä, meine PPSH verbackt hier drinnen bei mir ist von mir aus meine PPSH verbackt hier drin wenn ich wieder rausgehe, passt wieder alles ja bei mir ist das kannst no äh was, bei mir verbackt gar nix nein, bei mir verbackt die Waffe die PPSH muss man in die Hand nehmen hab ich Hä, Jungs, wie konntet ihr denn auf die Türme klettern, bitte? Nur bei dem geht's nicht. Achso. Nur bei dem. Ups. Also gesehen, wie ich daneben... Ey, 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 alter! Hier ran springt der. Kann man den... Überlegt man den Sprung nach unten, ja, ne? Ja. Ja, aber ja, doch. Also ich hab ihn sogar ohne Dagger überlebt. Ja. Ich kenn uns später mal für... Für tausender unbegrenzt Ammo. Taus, kommst du es? Na. Kann ich machen. Ey, nee, nee, nächste Runde. Jetzt lauert sich nicht mehr. Oh, ich hab noch Kaffee in der Tasse. Habt man den dann auch unendlich? Oh, der ist mir schon kalt, ey. Habt man dann unendlich? Ich mach den immer jetzt, ich weiß. Weiß ich gar nicht, Alter. Was wolltest du mir denn hier vorhin zeigen, Vicky? Na, ich stand da mittendrin. Du kannst da durchgehen. Na vorne durch den Kaffee. Kommt man da durch. Guck mal hier. Zeigen sie richtig das Arschloch von dem Hund, alter. Alter, die ist eigentlich geil, Mann. Alter, die gepanscht Thompson sieht hier richtig geil aus. Alter, wie ich ihn nicht treffe. Zieh es euch rein. Eiskalt. Oh. Also ich hab getroffen eigentlich, aber... Wahnsinn. Alter. Das hat grad ein bisschen Muni gekostet. Oh, da ist einer reingerannt in die Ecke, da. Oh, da ist einer reingerannt in die Ecke, da. Ja. Barok, ich komme. Wow. Wird drauf gehen? Doch nicht. Soll ich kommen? Na, ein Affe wär cool. Wie? Na, ein Affe hab ich nicht. Ich find another one. Hä? Das heißt... Da sind irgendwo Affen versteckt. Wie auf der Riese, das E-Stack. Wenn du bei der Riese, äh, bei dem E-Stack Affen anschießt, sagt Samantha immer, you have find a... äh, 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 other one. Also noch einen gefunden. Er hat dir einen Affe angeschossen oder was? Ne, deinen Affe hat, glaub ich, einen zur Explosion gebracht oder irgendwo halt angefragt oder so. Keine Ahnung. Oh, ist jetzt doof hier ohne Muni. Ich muss Messer an. Ah, du kannst schießen, ne, Barok? Ne, ne, nicht mehr. Hinter dir, hinter dir. Immer noch? You have a find another one, hast du gehört? Man sagt dir das wohl immer, wenn man Affen wirft. Ne, ich hab keinen geworfen. Wenn ihr keine Muni mehr habt, sagt wahrscheinlich, ich kaufe dann welche. Ich hab keinen Affen geworfen. Ne, passt auf, Jungs, ich kaufe mal Muni hier. Ich hab keinen Affen geworfen. Achso, hast du gar nicht. Ja, das geht aber gerade gar nicht mit Muni kaufen. Ey, warum nicht? Ah, jetzt. Ja, toll, nur du hast bekommen. Der Kopf bewegt sich. Von dem Typen, laberlich. Wo bist du denn? Anfangsraum. Anfangsraum? Ja. Alter, wie er sich auf einmal dreht. Habt ihr euch schon mal die Bilder hier angeguckt an der Wand? Ja, ja, haben wir. Ihr fliegt so eine Möwe rum, ne? Ja, ja, ich seh sie. Hier drin. Hier dreht sich irgendwo im Kopf. Warte. Da ist irgendwas. Munition, Leute. No. Sag Bescheid, sag Bescheid. Oh, war ein Quick Revive. Weiß das noch, Viti? Ja, da drin. Ja, ne? Nein, 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 nein. Einer, zwei Schläger? Nein, wirklich. Ey, die Mödie ist jetzt gleich weg, ne? Kostum Zombies, das ist manchmal so. Barock, die Mödie. Ich hab hier echt gerade ein bisschen viel an der Backe. Na, Viti auch. Egal. Ne, ne, wir lassen dich nicht liegen. Sorg genug Punkte. Ich lasse dich auf keinen Fall liegen. Rett ihn, Viti, ich mach da schon, ich schieße. Ach, das... Boah, ich hab kein Problem. Rette ihn. Oh, danke. Warte, eben noch. Werfen Affen. Hab ich nicht. Ich meine auch Alex, dass wir... Barock, werfen können. Ah, das ist keine, oder? Ne, ich hab keine Affen. Adler Restrike, oder so. Den kann man voll schwer kaufen. Ach, kommt, ich mach jetzt hier. Oh, diese Stimme ist eh eklig. Kann man nicht voll schwer kaufen. Warum sterben die nicht? Weil er erst kommen muss. Was ist das immer? Weil er noch eine. Ja, weil du übrigens wiederbelebst. Ah, okay. Deshalb sagst du das. Jungs, ich kaufe mir gleich meine Raygun. Ich mach gleich mal Endcamp. High Rounds wäre auch nicht schlecht hier. Ich suche jetzt erstmal Quick Reviver. War am Anfang. Ja, ne? Bin ich auch der Meinung, Alter. Aber ich finde es nicht. Ganz am Anfang. Alex, von mir aus könntest du Unlimited Ammo kaufen. Jo, mach ich. Obwohl, es bringt ne Stopp. Brauchst du nicht. Es bringt nix, wenn... Wenn man keine Muni hat. Ah, danke dir. Oder hat's jemand aufgehoben? Oh, ich hab's gerade gekriegt. Hä, ich find keinen... Der Grillweifer da. Ach, hier. Im Laden. So, ich hol mir meine Michelle. Ja. Ja. So, ich will mal Kiste gehen. SDG wenige haben. Vielleicht krieg ich ja so die Raygun. Monkeys! Ich kaufe mir die Raygun nicht für 10.000 L. 1,60. Auf End, gehen, okay? Ne, ne, warte. Nein, ich hab... Ah, ich hab mal ne Dorf genommen. Hä, was willst du denn machen? Warte, warte, warte. Jo, stimmt. Ich hab auch mal ne gepanschte Waffe durch die Wasserkiste. 1MG. Komm, Hiti, lass mich auf Endgame sparen. Dann mach ich das. Was denn anlässt? Dann hab ich's gemacht. Ich mach jetzt noch mal ein finales Lied an hier. Möchtest du euch anmachen? Ne, ne, mach irgendwas. Mach ich mal zwei an. Was würdet ihr sagen, von der Schulnote her? Für die Map? Mach ich mal hinterher. Wow. Voll geil, Mann. Das 1MG hätt ich mal gleich am Anfang kriegen sollen. Komm, verdammt wenig Zombies hier, ne? Also jetzt von der Gesamtzahl her. Für die Runde. Boah, geht so. Das sieht so geil aus, Mann, die Disco. Boah, hast du dir immer noch keine Perks geholt? Doch, doch. Hab ich. Wollt schon sagen, Alter. Ruhlt ab. Ruhlt ab, meine Herren. Ich hab mir auch keine geholt. Nein. Oder ohne. Hab ich auch nicht. Ja, ich zock auch die ganze Zeit ohne. Total übergewertet. Ja, ja, genau. Ey, die Nuke lass ich weg, okay? Du schon. Na ja, lass mal einen Nuke weg. Ja, klar hab ich mir. Du dir auch, Riti. Ja, ich hab mir keine geholt. Du hast nicht ein Perks. Hey. Na ja, nachdem du down gegangen bist. Aber du hattest Perks. Ja, ich hatte einmal einen Charker. Für zwei Minuten. Wenn Charker sterben, stirbt man eben. Aber viel schneller. Klar, wenn man unvorsichtig spielt. 18 noch, 18 noch, 18 noch. Die Power wird uns alle zerstören. Jemand hat den letzten Zombie gesehen? Jo, hab ich hier. Man will, die hat MG, äh, hier, äh, hat der Restrike gemacht. Ich will das unbedingt nochmal sehen, wie bei... Alter, ich hab Schaden bekommen. Hallo. Oh Gott. Ich nicht. Ich will das unbedingt nochmal... Hä, kannst du unendlich kaufen? Nee. Ich würde gerne mal, äh, das nochmal so sehen, wie... Wie bei Simpsons, ey. Dass so viele Drops überliegen. Unbedingt. Oh, das ist echt geil. Das war so geil. Das geht ja nicht über bei Simpsons. Ja, ich weiß. Das war wirklich nur ein Bug oder so. Warte, Moment mal. Ist das die DG2? Nee. Das muss ein Bug gewesen sein. Ich hab's nie wieder gesehen. Ich hab DG2 bekommen und danach direkt... Nach direkt DG2. Ah. Raygan? Das ist die DG2 und danach direkt Raygan. Die Raygan sieht hier richtig nice aus. Meint ihr bei Costume Zombies wird's dann auch irgendwann die Raygan Mark II geben? Ja, glaub ich schon. Äh, ja. Nee, glaub ich nicht. Ja, doch, glaub ich schon. Denn ich muss sonst rechte Waffen. Doch. Da gibt's noch keine Muni mehr. Da wollen wir nur so. Gibt's noch keine Muni mehr. Ja. So Black uns 1. Ja, werden sie glaub ich machen. Black uns 2 gibt's keine. Kevin, gib mal Deckung. Ich hol mir die Muni. Ah, ich hab nicht mehr viel Schuss. Aber ich kann sie dir abnehmen. Warte, ich kauf's mir die einfach. Ey, wie kann man denn die Karnen kaufen? Geht gar nicht. Was denn? Man kann ja Muni kaufen. Wo? Doch, klar. Unlimited Ammo. Ah, dafür brauchst du Ammo, äh, brauchst du Munition in deiner Waffe. Hab ich. Aber auf der zweiten nicht. Weiß. Oh. Soll mal Muni kommen. Obwohl ich gemeinsam gehe. Oh, nicht hinter mir. Nein, komm. Riechi, ich hole dich. Warte, ich decke dich. Außen. Alter, wie viele Zombies. Ich geh jetzt ans MG. Das ist geil. Ja, sind mehr als 10 gestorben. Ach so, Kevin. Hab ihn. Bei Symes, bei Furchtlos, sind die Karten nicht überhitzt. Äh, die MG ist nicht überhitzt, ne? Ja. Ja. Oh, dass ich da durchkam, Alter. Mal so viel Glück haben. Ha, ha, ha. Ich brauch Muni. Mich brauch Muni. Komm, hol ich mir für 1,5 Munition. Ich komme gleich wie die. Ich hole mir nur in Schnellmonie. Vielleicht kriegen die beiden das Eier hin. Also deck mich mal, dann kann ich dich. Nein, scheiße, nicht bekommen. Ist jetzt meine andere Waffe auch voll? Ne, immer nur die, die man in der Hand hält. Acht Zombies noch? Auf dem Bild sah die Karte übelst klein aus. Ja. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Zombie-Modding soll mir endlich wieder funktionieren. Ich hole mir auch mal die Raygun. Gerade gekauft. Also von der Seite, ne? Trifft man die Zombies manchmal nicht. Ne, manchmal trifft man die von der Seite nicht. Wow, 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 wow. Nein. Warum nur? Womit habe ich das verdient? Hä, wenn man down ist? Dann ist der Kontrast ganz anders. Habt ihr das schon mal gesehen? Zack. Wenn man, ah! Wenn man wieder lebt, dann sieht das wieder so neblig aus. Ich bin nicht aufgefallen. Ah, du warst aber, ach so, ich war schon tot. Einmal, Gläuchner. Das kann ich. Alter, die DG2-Töte doch gerade mehr als zehn. Zombies auf einmal. Oh, dick. Ich will mal Artillerie-Strike machen. Nein, ich hab's aber noch gekauft. Ich hab's noch gekauft. Ich hab's noch gekauft, Jungs. Das macht keine Faxen. Nee, hast du nicht. Doch. Bietig. Nee. Doch. Oh, doch, jetzt kommt er. Noch gekauft. Komm, Kevin. Alex-Zombie. Pass auf, hinter dir ist Zombie, ne? Ja, egal. Ja, egal, sagt er. You find another one. Let's mal nachhören hier. Barock. Meint ihr bei Endgame öffnet sich irgendwo was? Ich denke, ich bin ein Spitzender, oder? Ja, das weiß man manchmal nicht. Wer ein bisschen langweilig. Wir wurden schon übelst getrollt. Wir haben schon Sachen erlebt. Soll ich einfach mal kaufen? Ja, warum nicht? Ah, rett ihn noch. Versuch's. Moment. Oder ich kaufe. Hm? Äh, Jungs, hört man mich? Alter, wie, du? Alter, so. Hallo? Ja, ja, wir hören dich. Na, du bist ja auch rausgeflogen. Ah, okay, du bist rausgeflogen. Aber wir haben jetzt eh Entgängemacht. Alter, wie, du? Alter, so. Hat er noch schnell... Drück mal Escape, drück mal Escape. Hat er noch schnell gekauft. Warum? Drück, drück, drück. Ha, 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 ha. Oh, Mann, Alter. Na, die war gut. No, auf jeden Fall. Alter. Ich wollte kaufen, wie die. Ja, eben. Meins herum habe ich gekauft. Ja, also die hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht. Also ich war auf dem Bild echt. Ich habe was anderes erwartet. Allt coole Sachen dabei. Tjo, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Erfolg beim Zombies. Töten, killen und so weiter. Und haut... Und... EIN. EIN. Mach's gut. Wirklich, das Video ist auch wunderbar. Seht doch, der ist subscribed to his channel. EIN.